Liebe Mitstreiter, ich heiße Udo Stein, bin Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg. Ich habe also eine gewisse Erfahrung, was Spaltungen angeht. Jörg, ich möchte zu deiner Rede gestern Folgendes sagen. Du hast uns dort in gewisser Weise in ein schlechtes Licht gerückt. Ich habe es dir gestern persönlich auch gesagt. Und ich habe die Bitte an dich. Hör auf, über die Stöckchen zu springen, die dir die Presse hinhält. Sei es die Situation unserer Abgeordneten in Berlin, sei es die Situation, was Einzelne und nicht die Mehrheit hier drin ständig von sich geben. Hör einfach auf, immer über diese Pressestöckchen zu springen und dann können wir unsere Themen spielen und die dringen dann nach außen. Und das ist der wichtige Punkt. Liebe Freunde, ich bitte euch zu bedenken, dass es nicht das erste Mal ist, was Herr Meuthen hier gestern veranstaltet hat. Wir haben die Fraktionsspaltung gehabt, wir hatten eine ganz üble Rede zu einem Parteitag in Heidenheim, der genauso begonnen hat wie gestern hier, indem er die Hälfte der Mitglieder beschimpft hat. Ich bin auch dafür, dass wir wirklich hier Sacharbeit machen. Aber Herr Meuthen muss endlich mal begreifen, dass er so nicht weitermachen kann, ohne dass er die Hälfte der Partei verliert. Und deshalb müssen wir ihn irgendwie ermahnen oder was auch immer. Aber er kann und darf so nicht weitermachen, sonst ist das das Ende der AfD. Deshalb bitte lasst uns darüber abstimmen. Jürgen Pohl, Bundestagsabgeordneter Sozialpolitiker. Hier geht es um die Arroganz von Prof. Dr. Meuthen. Wir arbeiten seit drei Jahren an einem Sozialprogramm. Wir arbeiten dafür, dass uns die Proletarier, die Arbeitnehmer wählen. Und er spricht von Verprollung. Das kann nicht sein. Er schickt Querdenken nach Hause. Das kann nicht sein. Und das Ganze hat Methode. Wir hatten die Jogginghosen-Fraktion. Wir hatten, niemand will hier eine Partei spalten. Wir hatten Ausschlussverfahren, dass wir uns nicht behalten können. Herr Dr. Meuthen, Ihre Zeit in der AfD ist vorbei. Mein Name ist Martina Böswald. Ich bin Kreisvorsitzende im Breisgauch-Schwarzwald. Und zu dem 18.11. kann ich ganz konkret beitragen. Wir diskutieren hier uns gerade immer weiter auseinander. Und deswegen als allererstes, der Herr Dr. Gauland hat mit den Vorkommnissen vom 18.11. nichts zu tun. Gar nichts. Aber Herr Meuthen auch nicht. Und die Diskussion wird hier in einer Art Sippenhaft geführt. Weder Herr Gauland noch Herr Meuthen, ich habe jetzt beides mal den Doktor weggelassen, ist dafür verantwortlich, wenn auf irgendwelchen Seiten Entgleisungen passieren. Am 18.11. sind wir gebeten worden, Rebecca Sommer einzuladen. Ich habe das höchstpersönlich abgelehnt. Und sie hat einen Weg gefunden, über Petra Büstron in den Bundestag zu gelangen. Petra Büstron ist überfallartig von der Dame angerufen worden. Und sein Mitarbeiter hat diese Dame, Sebastian Schulz, in die Obhut gegeben. Und genau in diesen zehn Minuten ist alles das passiert, was uns prozentig gekostet hat. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass diese Diskussion jetzt hier in der Folge geführt wird. Das ist nicht richtig. Wir müssen wirklich einig sein. Dann mit Herrn Brandner. Ja, liebe Freunde, ich soll den Puls runterfahren. Aber ich glaube, ich habe gar keinen Puls mehr nach dem Verlauf dieser Debatte. Gestern der Tag. Wie fing er an? Mit einer bombastischen Rede von Tino Chrupalle. Er hat einen Programmparteitag eingeleitet. Ein Programmparteitag, mit dem wir das Signal senden wollten. Wir sind die Experten in der Sozialpolitik, in der Rentenpolitik und in der Wirtschaftspolitik. Es fing super an. Und was kam dann? Ein Torpedo von Jörg Meuthen. Er hat das torpediert, medial überlagert. Er hat schweren Schaden unserer Partei und diesem Parteitag zugefügt. Welche Motive haben ihn geleitet? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber es sind keine guten Motive. Den Irrweg, den Jörg Meuthen im März dieses Jahres mit Spaltungsdebatte eingeleitet hat, führt er unbeirrt vor. Lieber Jörg, dieser Weg ist ein Irrweg. Dieser Weg ist falsch. Du spaltest die Partei. Komm zu uns zurück. Du hilfst damit nur den Altparteien. Es ist nicht gut für diese AfD. Es schadet der AfD. Es hilft nur den Altparteien, Jörg. Komm zurück in unsere Familie. Dann nehmen wir dich auch gerne wieder auf. Vielen Dank. Das ist Altparteiengehabe. Wenn mir was nicht passt, dann macht man die Kritiker mundtot. Das ist schäbig. Das ist ein wirklich der Schaden. Und vor allem, Herr Kleinrecht, und das ist das Miese daran. Sie verdrehen hier die Schuld. Wenn ich als Parteisprecher hingehe und unsere Wähler beschimpfe, dann muss ich mich dafür rechtfertigen. Und ich darf nicht jetzt sagen, ach nee, wir dürfen das nicht wieder gerade biegen. Wir müssen doch unsere Wähler, wir müssen doch zu unseren Wählern erklären, das war Mist, dass sie beschimpft wurden. Wir können doch nicht einfach die Leute als als Covid-Toten beschimpfen. Das ist der Schaden, der entsteht. Und da können Sie nicht hingehen. Wir reden nicht darüber. Das ist wirklich schäbig, das Ganze. Ja, liebe Parteifreunde, als vor ungefähr einem Jahr in der Bundesprogrammkommission die Fetzen geflogen sind und wir uns über das Konzept nicht einigen wollten, habe ich um die Wogen etwas zu glätten gesagt, ich wünsche mir, dass von diesem Parteitag ein Zeichen der Einigung ausgeht und der Geschlossenheit. Und das hätte auch fast klappen können. Wir haben nämlich heute oder gestern einen sehr guten Leitantrag zur Sozialpolitik beschlossen, in dem Lösungen sind, die keine andere Partei präsentieren kann. Aber wenn ich heute in die Presse gucke, dann lese ich dort nichts von einem Leitantrag. Ich rede nur, dass Herr Meuthen herausgefunden hat, dass die Querdenker rechtsradikal sind, dass wir in unseren eigenen Reihen rechtsradikale sind, dass er den Kampf angesagt hat. Das, liebe Parteifreunde, das ist parteischädigend. Da müssen wir heute darüber abstimmen. Da müssen wir eine klare Absage erteilen, dass das nicht nochmal vorkommt. Liebe Parteifreunde, ich kritisiere die Rede von Herrn Meuthen, weil ich nicht glaube, dass diese Diskussion unsere Partei einigt. Nein, sie spaltet sie noch weiter. Und weil diese Diskussion schon angeschnitten worden ist, möchte ich noch zwei Punkte ansprechen, die hier zur Debatte stehen. Das eine ist die Frage des Umgangs mit dem Verfassungsschutz. Und ich sage ganz klar, der Verfassungsschutz hat sinnvolle Aufgaben. Aber wenn wir uns in die Logik des Verfassungsschutzes zur Beurteilung politischer Parteien hineinbegeben, dann haben wir verloren. Wir dürfen uns diese Einschätzungen niemals zu eigen machen. Und der zweite Punkt betrifft den Umgang mit der Querdenkerbewegung. Politik ist vor allen Dingen auch Stimmung im Land. Die Menschen, die heute auf die Straße gehen, sind die mutigsten Menschen in diesem Land. Es sind nicht die, die auf den Sofas sitzen. Die Querdenkerbewegung muss selbstverständlich unser Partner auf der Straße sein. Alles andere wäre der Weg zum Etablierten und weg von der Volkspartei. Vielen Dank. Ja, liebe Parteifreunde, als das Antragsbuch veröffentlicht wurde und ich den Antrag gelesen habe, war meine erste Reaktion, es kommt ein Antrag auf Nichtbefassung und ich werde dem Antrag zustimmen. Die Meinung habe ich gestern geändert nach der Rede von Herrn Meuthen. Es ist angebracht, an Herrn Meuthen Kritik zu äußern und ich wäre gegen den Antrag ursprünglich gewesen, weil es klar ist, diese Debatte überlagert die Berichterstattung über das eigentliche Thema des Parteitages, unser Papier zur Sozialpolitik. Aber der Herr Meuthen hat zum wiederholten Male die Rede als Vertreter des Bundesvorstandes dazu missbraucht, hier ganz massiv gegen wesentliche Teile der Partei zu schießen und gegen Teile unserer Wählerschaft zu schießen. Es kommt nicht darauf an, wie man seine Rede vielleicht auch auslegen kann, sondern wie sie draußen aufgenommen wird und das weiß ein Herr Meuthen auch vorher. Und da kommt an, die Querdenker sind rechte Spinner und die können nicht einmal gerade ausdenken. Und noch ergänzend, Herr Meuthen, machen Sie sich Gedanken, von wem Sie da im Bundesvorstand unterstützt werden. Da werden Leute sich hier als integre Leute ausspielen, wie Herr Paul und Herr Wolf. Fragen Sie den Herrn Wolf nach dem Schreiben seiner Burschenschaft vom 6.11.2020 an die Burschenschaft Reno Palazia Augsburg. So, das war deutlich überzogen. Dirk Spaniel, Landesverband Baden-Württemberg, Mitglied der Bundestagsfraktion. Liebe Freunde, das, was Sie hier machen, ist kein Spiel. Hier geht es um etwas sehr Wichtiges und es muss uns allen klar sein. Einheit ist tatsächlich das oberste Ziel. Aber Einheit entsteht nicht dadurch, dass sich jemand verordnet. Einheit kann man nicht beschließen. Einheit entsteht durch Vertrauen und Fairness. Und ja, es gehört dazu, dass ein Bundessprecher kritische Themen anspricht. Aber er muss sie so ansprechen, dass sich 40 bis 50 Prozent dieser Versammlung hier nicht vor den Kopf gestoßen fühlen. Und das ist das, was Sie sich wirklich auf die Fahne schreiben müssen, Herr Meuthen. Und ein wichtiger Punkt ist aber auch der andere. Wir müssen kritische Fragen über den Kurs der Partei nicht über die Medien spielen. Die stimmen wir ab. Und wenn wir das hier abgestimmt haben, dann machen wir das. Und dann muss unser Bundessprecher auch diesen Weg gehen. Und alle anderen akzeptieren diesen Weg dann hier auf. So entsteht Einheit und Fairness. Und da müssen wir dran arbeiten. Und wenn wir das schaffen, dass wir über Abstimmungen den Kurs der Partei bestimmen und nicht über Pressemeldungen, dann sind wir da, wo wir hinwollen. Und dann gewinnen wir auch das Vertrauen der Wähler da draußen. Vielen Dank. Vielen Dank.